Hallihallo Leute, ihr seht hier gerade die Couch von unserer Live-Web-Show und wenn ihr dabei sein wollt, dann schaltet einfach an diesem Freitag ein und zwar um 15 Uhr, dieser Freitag ist nämlich der 3. August 2012, dort wird unsere erste Live-Web-Show sein, die Live-Web-Show wird natürlich so mit Kamera sein wie sie jetzt ist und dort werden wir dann auch über Themen reden, Minecraft und da werden wir auch als Moderator Patrick, also Kiwi zockt, dabei haben einige kennen den vielleicht und wenn ihr gerne dabei sein wollt, einfach mal am Freitag um 15 Uhr einschalten auf Ustream, der Link steht in der Beschreibung, viel Spaß dabei und wir sehen uns dann am Freitag oder beim Let's Play, ciao!